Niemand macht die Finanzbranche für die jetzige Krise verantwortlich, ich auch nicht. Die Ursache ist ein Virus und die Maßnahmen, die wir zu seiner Eindämmung treffen müssen. Aber es gibt eine Verantwortung für die Heftigkeit der Krise, die auch bei den Finanzmarktakteuren liegt. Wir können nämlich genau sehen, dass es einen Unterschied macht, ob so eine Pandemie auf eine Finanzwirtschaft stößt, die stabil aufgestellt ist, oder auf eine wackelige, mit wackeligen Geschäftsmodellen. Ein Beispiel dafür sieht man gerade in den USA. In einem Markt der Größenordnung 500 Milliarden Dollar, es sind Fonds, die ihr Geld damit verdienen, dass sie bestimmte Wertpapiere aufkaufen, hinter denen Hypotheken stehen, also die Zins- und Tilgungszahlungen von Immobilienbesitzern, und sie finanzieren das erstens sehr kurzfristig und zweitens mit sehr viel Schulden. Und darin liegt genau das Problem, durch die kurzfristige Finanzierung sind sie immer darauf angewiesen, dass auch kurzfristig sie wieder Geld bekommen, auch in Krisenzeiten. Viel stabiler wäre ein langfristig orientiertes Geschäftsmodell. Und der zweite Grund ist eben, sie haben versucht, die Rendite dadurch höher zu schrauben, und zwar höher als die zugrunde liegenden Wertpapiere, die sie aufkaufen, dass sie eben sehr viel Schulden aufgenommen haben. Teilweise sind 90 Prozent ihrer Aktivitäten schuldenfinanziert und nur 10 Prozent mit Eigenkapital. Das ist gut in guten Zeiten, dann steigt die Rendite. Das ist schlecht in Krisenzeiten, dann gerät das Geschäftsmodell nämlich schneller unter Druck. Teilweise sind die Fondsanteile jetzt um 50 Prozent im Wert gesunken und die Fonds haben zum Teil Schwierigkeiten, die Forderungen ihrer Geldgeber zu bedienen oder Sicherheiten zu stellen. Hintergrund ist die Sorge, ob die Immobilienbesitzer alle angesichts von drohender Arbeitslosigkeit und Arztrechnungen ihre Zahlungen leisten können. Aber verschlimmert wird das alles durch ein wackeliges Geschäftsmodell. Und da sehe ich eine Verantwortung bei den Finanzmarktakteuren, bei der Finanzlobby, die in den letzten Jahren Regeln ausgebremst haben, die versucht hätten, unser Finanzsystem stabiler zu machen. Das ist eine Aufgabe, die für nach der Corona-Krise auf jeden Fall bleibt, nachdem wir es nach 2008 nicht geschafft haben. Weniger Schuldenfinanzierung, weniger Kurzfristorientierung. Dann kann auch, wenn eine Pandemie kommt oder ein anderer externer Schock, der Finanzmarkt mehr abpuffern, als seinerseits neue Probleme zu schaffen. Schock, der Finanzmarkt weniger zu sparen, als seinerseits bis zum Teil Schwierigkeiten wenn sie auf jeden Fall sind. Und da ist ein Wachstum, der Finanzmarkt weniger gibt. Und das war ganz gut. Aber die Bank ist es in einem über den